Als Schweißer hat man keine Serienfertigung hier. Das ist auch sehr abwechslungsreich, immer individuelle Arbeit. Hi, ich bin der Martin Erke und bin hier der Werkstattmeister. Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams Schweißer im Bereich Stahlbau. Wir sind die Firma Heckmann hier am Standort Hoppegarten in der Nähe von Berlin und wir fertigen Stahlbau-Sonderkonstruktionen für die Industrie und fürs Baugewerbe. Hallo, ich bin Marco und arbeite als Schweißer. Die Arbeit unserer Schweißer besteht darin, die von den Schlossern vorgefertigten Konstruktionen abzuschweißen mit unterschiedlichen Schweißprozessen, wozu MAG gehört, MIG oder WIG. Wir haben auch spezielle Projekte wie Denkmalschutz. Das sind dann Brücken, wo dann alles restauriert wird. In der Firma gefällt mir besonders gut das Team und die Zusammenarbeit. Die Verdienstmöglichkeiten bei uns sind wirklich gut. Wir bekommen einen 13. Monat Gehalt, wir bekommen Urlaubsgeld, wir bekommen Weihnachtsgeld. Also wir arbeiten 37 Stunden. Am Freitag haben wir zum Mittag schon Feierabend. Das finde ich wirklich gut, ja. Voraussetzung, die ein Schweißer für uns erfüllen muss, ist eine abgeschlossene Berufsausbildung im Metallbaubereich. Gültige Schweißer-Pässe und toll wäre Berufserfahrung. Wenn der Job für dich interessant ist, bewirb dich jetzt. Klick hier und swipe nach oben. Was? Klick, oder? Soll ich das auch machen, oder was? Wie heißt das? Swipe nach oben?